Ich habe ein Goldopfer. Er ist außen an Lobius' Haus. Lobius ist im Haus, oder? Nein, da steht Lobius. Doch, da kommt Lobius raus. Nein! Nein! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Groove. Heute spielen wir wieder neue Runde Mario Party. Und dabei ist... Der Lobius. Hallo. Hallo. Hi Leute. Meine Wenigkeit, die Geeks Girls. Oh ja, jetzt geht es weiter. Wir sind hier alle versammelt. Wir sind auf jeden Fall Mario Party und es wird gewürfelt. Und ich würfel als allererstes eine... Fünf. Ich habe eine Fünf. Ich habe eine Eins. Ah, Lobius. Aber ist dir mal aufgefallen, immer wenn wir mit Lobius spielen, ist er immer ganz vorne. Ich glaube, dass er shitet. Ja, auf jeden Fall. Nein, das kann gar nicht sein. Lobius hat an. Oh, wir gehen vor uns. Wie viele Felder sind wir gekommen? Naja, eins plus drei, acht. Gut. Ja, aber er hat nicht jeder die selbe Zahl. Faschisse. Seid ihr davon? Da vorne seid ihr doch. Ich glaube davon? Ja, wir sind beide. Jump and Run. Oh nein, ich hasse es. Tino, wie beim letzten Mal, ne? Oh nein. 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 Ja, da war ich am weitesten. Und ich wollte unbedingt noch ran und war auch so super weit. Und dann bist du runtergefallen. Oh Gott. Das war richtig blöd. Von mir. Aber wenn ich hier sehe, wie weit die Leute hier schon kommen, dann könnte ich ausrasten. Ja, die kommen viel weiter als ich. Oh Gott. Was? Oh Gott, diese Pisse hat mich gebürzt. Hä? Loll. Was hat denn der gemacht? Sag nicht, der war am Ziel. Doch, der war am Ziel. Loll. Jetzt habe ich auch noch eine Eins gewürfelt, weil ich so durch war. Läuft. Ach, eine Zwei. Fuck. Bing, bing. Ja, okay. Wie, der war am Ziel. Der wird uns jetzt richtig auseinander nehmen, glaube ich. Okay, Lovius, nicht du bist der Cheater, der andere ist der Cheater. So was immer. Ey, wir sind zusammen hier. Komm, du es. Wir sind zusammen hier. Juppie. Achso, ja, stimmt. Ey, wir sind alle hier. Lovius. Ach, mach, kein Quatsch. Das ist halt so, wenn man zusammen ist auf einem Fall. Doodle Jump. Oh, ne. Doodle Jump. Das macht auch Spaß. Das habe ich auch auf dem Handy immer gesuchtet. Ernsthaft? Hm. Doodle Jump. Warte, ich muss sagen. Oh, Alter. So, weg da, meine Fläche hier. Äh, ne, die ist doof. Das ist besser. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt geht's. Okay, da bin ich nicht. Ja, ich habe es gemer... gemerkt. Ähm, wo müssen wir hin? Leute, ich komme jedes Mal. Was, was geht denn hier gerade ab? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Au. 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 Nein, ich war blöd. Ich bin runtergefallen. Ich war so... Was heißt, du warst? Okay, ich bin blöd. Fuck off. Ich spring hier die ganze Zeit immer wieder an dieselbe... Ich bin nicht... Schon wieder dagegen. Gut. Hä? Schon wieder so schnell? Oh Mann, ich bin jetzt erst mal zu weit gekommen, weil dann komme ich nicht weiter, weil... Oh, da hätte ich doch lieber Dalu in dem hier dabei. Der hat uns wenigstens eine Komplette owned. Warum? Ich... Das ist doch... Da hat man schon mit Dalu keinen Spaß bei meinem Gewinn. Nein! Oh, ne 3. Ich habe nur 2. Gut gegen. Nein. Ey, das ist ja nicht normal, ey. Die zerruppen uns heute aber richtig. Aber was ist das für ein Typ, der ist doch krank. Das war schon wieder derselbe, oder? Ähm, ich bin auf Feld 10. Auf welchen seid ihr? Ich bin hinter dir. Ich bin auf der 8. Wow, ihr seid alle beide hinter mir. Das reicht mir schon. Ja, das reicht mir. Wird gespielt. Red light, green light. Es geht darum... Ah, das ist nice. Das heißt, bei grün dürft ihr laufen, bei rot müsst ihr stehen bleiben. Ach nee, da war ich so schlecht drin. Reaction time, baby. Okay, alle stehen sie. Okay, macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Zwei. Eins. Lauft! Nein! Nein! Ich hab... Nein! Nein! Nicht schon wieder. Was? Ich hab mich gar nicht bewegt. Lol. Ja... Nein! Ich hab mich gar nicht bewegt. Hä? Hä? Das gibt's ja gar nicht. Ich bin der letzte bestimmt. Nein! Nein! Oh Mann! Schade. Aber diesmal war es ein anderer. Ja. Oh Mann, das ist das einzige Spiel, wo ich eine Chance hätte. Und da verlierst du. Hä? Du bist raus. Da war bei Mario Party schlecht, wenn du nur ein Spiel kannst. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das macht nichts. Fünf. Nice. Das fällt. Genau. Ich hab was gedacht. Nein, blau. Du seid denn hier? Oh no, a blue field. Oh no, a blau field. Tino, hier hinten bin ich. Siehst du mich? Wo? 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 Bleibende Feld auf 24. Genau in die Richtung, in die du ihm geguckt hast. Wo die Beinen stehen. Da, da. Genau. Survival Games. Ach, da hinten. Mini Survival Games, meine Frau. Boah. Mini Survival Games. Es geht los, es geht los, es geht los. Nenn sie hier? Silenzium, ich muss mich konzentrieren. Ich werde sterben. Ich glaube, ich werde sterben. Boah, Mann, ich find keine Kiste, das fängt ja schon wieder sau nice an, ey. Nein, da ist einer mit'n Schwert. Ja, du hast auch'n Schwert, aber halt nur'n Hülzern. Achso, stimmt. Oha, ich... Oha. Ich stell' mich hier richtig klug an. Achso, es ist noch Schutzzeit, jetzt ist es vorbei. Jaja, genau. Nein, 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 nein. Stirb. Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ich werde auch sterben. Scheiße, 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 scheiße. Ich bin tot. Ich werde sowas von sterben, glaube ich. Ich hing im Spinnennetz. Und bin tot. Ich glaube, ich bin auch sowas von tot. Ich bin auch tot. Fuck! Naja, kann man nichts machen. Seid ihr alle drei schon raus, ja? Nene, ich bin noch da. Hallo, wie ist es noch da, wo bist du? Ich bin noch im Fight, ich bin hier in dieser Höhle. Ich komme da jetzt gleich raus. Da unten. Okay. Ey, bleib da, bleib da, bleib da. Lassen wir mal machen, du. Äh, links bei dir im Haus, da ist auf jeden Fall noch einer. Der hat den anderen gerade gekillt, da kommt jetzt gleich... Der ist noch im Haus drin, das wäre eigentlich steinisch. Oh nein. Äh, ein... Der ist auf jeden Fall hinter der Herren, der hat definitiv ein Eisenschwert oder Steinschwert. Nee, der hat... Nee, der hat... Das ist so aus wie ein Steinschwert. Der ist in das kleine Haus reingegangen. Ich habe ein Gold-Apfel. Er ist außen an Lobios Haus. Lobios ist im Haus, oder? Nein, der steht Lobios ist... Doch, da kommt Lobios raus. Ah! Nein! 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 Ja, der hinter dir. Ach, schade. Was sind denn die anderen Fratzen jetzt? Den einen vor mir habe ich getötet. Naja, gut, du hast wenigstens jemand gekillt. Ich habe zwei getötet. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt jemanden gekillt habe. Auch könnte es sein, dass der Killer an mich gegangen ist von uns. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe zum Glück noch einen Gold-Apfel bekommen. Ach doch, einen habe ich gekillt. Na dann. Trotzdem noch zu wenig. So. Das wird jetzt eine lange Runde, oder wie? Nee, nee, das sind ja noch die zwei. Der eine ist in der Windmühle und der andere ist... Das läuft gerade hin. Die sind so dritt. Die sind so dritt. Ja. Wo ist noch einer? Ah, da ist auch noch einer. Da ist jetzt eh vorbei. Ah, okay. So geht es natürlich auch. Tja. Lange überleben alleine bringt auch nichts, ne? Muss man schon Kills machen und zwar. Ich stecke fest. Lol. Why I'm sticking fest. Komm, mach mal Würfel hier. Nein, ne eins. Oh, da zieh ich vorbei an den Luvius. Nein. Das ist ein Feld vor dir sein. Echt? Blaues Feld. Wo ist er denn? Nee, gar nicht. Hä? Ja. Ach da. Pass auf. Let's hook. Komm. Beam. Bing. Drei Felder nach vorne. Ich bin auf Feld Nummer 25. Wo seid ihr? Zwölf. Oh, was? Zwölf? Ja. Wie kann das sein, dass ich gerade auf Platz 1 bin? Kann das mal in der Checken? Lol. Check das doch selber. Ich kann nicht mehr. Ich hab meine Items nicht. Wettrennen? Ja. Oh, nicht das. I don't fucking. Jetzt kommt's. Wie Temple Run. Und los. Ich bin ganz vorne. Ja, Temple Run plus für Minecraft. Bing. Ich bin ganz vorne. 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 Nicht mehr. Nein, ich bin runtergefallen. Lauf, Forest. Lauf. Los. Los, Johnny. Er steckt im Spinnennetz. Das ist die Stelle, wo du nicht stehen bleiben solltest. Mensch, jetzt bin ich runtergeflogen. Ich raste aus. Palim, Palim, meine Freunde. Huh. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Jetzt kommen wir zu dem Mario Röhren. Oh, ja. Okay. Auf zum nächsten Checkpoint. Wow. Oh, Spinnwebe. Was machst du hier? Nein. Ich hab aufgehört zu sprinten. Nein. Hinter mir ist wer. Hinter mir ist wer. Okay. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Vielleicht kriegen wir die noch. Palim, Palim. Nein. Schenk fest. Palim, Palim. Nein. Er ist nicht gesprungen. Aber ich war bei Checkpoint 4. Okay, das machen wir jetzt. Das kriegen wir hin. Doch, 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 doch. Mal, 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 mal. Bam! Nein. Nein! Nein! Was, Dritter? Ja, Dritter! Geht doch! Nein! Nein, wieso Dritter? Schon zwei doch! Fuck you! ich glaube das kommt davon wenn man kein minecraft spielt die ganze zeit ich habe ich bin momentan dritter ja ist doch gut ja dafür dass ich nichts geschafft ich bin auf feld 30 minenfeld haben wir schon mal gespielt und auch nie das kann ich gar nicht ich suche mir erst mal eine schöne stelle kennst du das ist ja das ist ja jump und keine ahnung nicht auf den druckplatten kommen oh man nein das ist doch ach komm wie der schon durch wie kommt er denn dadurch habe ich nicht wieder eine 3 auf welchen fällen bist du dubius 18 was denn das habe ich schon vorbei das ging recht schnell doch doch hast du genau tschüss leute war noch einmal bis zum bis zum bis zum bis zum bis zum Untertitelung des ZDF für funk, 2017